Wir sind wieder im Lieblingswald und wir haben hier direkt... Ne, haben wir nicht. Ne. Es ist ne Huntress. Es ist die Jägerin. Ich bin bei dir, ich hab dich crouchen gesehen. Ach ne, es ist ne andere. Ja, ich... Das bist nicht du. Ich hab dich, ja. Ich hab dich aber. Das hier ist unser... Das ist unser... Du hast dein Quick and Quiet gewastet. Ja, war mir egal. Ich bin im guten... Okay. Alles klar. Let's do it. Hoffentlich kommt sie. Pass auf, da ist sie, da ist sie. Naja, ich glaub, sie geht zwar erst an dir vorbei, ja. Mach! So, und jetzt weh. Dann, dann geh ich... Dann komm ich hier hin. Oh mein Gott, lass uns gehen. Lass uns gehen, Steven. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich wollte ein bisschen, äh... Boost aufheben. Ist ne Palette. Wo ist sie denn? Ich hör sie nur. Hinter mir. Okay. Ich bin bei der Hälfte. Ich geh mal auf die Seite... Oh. Wow, sie hat ne... Sie hat also... Pfff. Nutzt deine Palette. Bist du auch noch nicht im Schrank, ne? Ne. Ich bin noch nicht so weit. Vielleicht gehst du durch die Palette, warte mal. Oh, sie holt neue Exe. Er leg dich in die Palette rein. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, ja. Jetzt hatte ich ja Don. Bleib ruhig, bleib ruhig, sie kommt zu dir. Oder? Sie hat mich nicht gesehen. Sie hat mich... Ah, ne doch nicht. Sie kommt zu dir. Jetzt hat sie mich gesehen. Nein. Jetzt hebt sie mich auf. Oh mein Gott. Ich bin im Schrank. Ja, die andere war da. Oh mein Gott. Ich geh in den Schrank. Ich bin im ersten. Ich bin im ersten, Phil. Ja, ich bin gegenüber. Hatten ist jetzt ab. Hatten ist jetzt ab. Ja, bei mir auch. Ich glaub, sie kommt wieder. Ja, sie schauert sich nicht. Ja, ich heil dich dann danach. Ich hab... Warte, warte, warte. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja, sie kommt wieder. Sie hat die Exe gezogen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Lass uns mal anders hingehen. Das ist zu gefährlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja moin. Ich versuch's mal. Aber ich glaub, sie hat mich gleich. Ich bin unter dir. Ich tanke dich. Sehr gut. Sie hat in die Hecke geworfen. Ich bin wieder... Sie hat wieder daneben geworfen. Ja. Ich geh in den Schrank. Sie hat schon wieder nichts drüber troffen. Und... Ist ab. Oh wow. Jetzt... War ja keine Ahnung. Also... Keine Ahnung. Sie trifft irgendwie alles aktuell. Äh... Quicken quite. Oh. Vielleicht... Vielleicht kann ich mich auch fehlen. Ja, die hat's wahrscheinlich gesehen. Ich muss wahrscheinlich drücken. Okay, ich mach nur easy. Heil dich hoch. Heil dich hoch. Ja. Bleib auf jeden Fall. Oder? Ne, sie weiß, dass ich da bin. Ja, sie weiß es. Ja. Ich hab's riskiert. Ich hoffe, die kann das bestellen. Auch richtig. Ne, sie kann's nicht. Ah, schön. Autohaven. Und es ist... Gott, wer ist das? Warte. Ja, das ist ne gute Frage. Äh, Hillbilly. 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 Ja? Ja. Du hörst es jetzt auf der Säge. Ich seh dich da. Ja, und ich seh dich. Ach, da bist du. Ah, er hat die korrupte Intervention und er kommt zu uns, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ist bei uns. Warte. Da hat er nicht getroffen. Oh, er geht durchs Fenster. Er macht ein Double Back. Da geh ich mal weiter. Oh Gott, das ist ein wilder Typ, Phil. Ja. Ich merk's schon. Der ist so wild. Guck ihn dir an. Er fahrt weg. Ja. Ich geh mal weiter. Ja, jetzt geh mal weiter. Ja, will er auch scheinbar machen. Macht er denn? Keine Ahnung. Nee, will er nicht. Der wollte... Der meins ernst. Der wollte um die Kurve sägen. Was ist das für ein Typ? Keine Ahnung. Ich guck euchs zu. Was ist das für einer? Äh, Billy? Geht's dir gut? Es geht an mir nach. Oh, er schwingt auf. Du bekommst sonst noch nen Drehwurm. Ja, ist so. So, ich geh zurück an nen Anfangsloop. An diesen kleinen Loop? Ja. Äh, nee. An den großen, wo er hergekommen ist. Ah, okay. Ich seh euch. Ey, der versucht's wirklich tryhard-mäßig. Das muss ich ihm lassen. Ja, er versucht's halt auch richtig zu machen. Ja, ist so. Sorry, hab ihn dir weggenommen. Ah, ich seh's. Gut, dann kann ich mal kurz mich erholen, bis mein Flink zurückkommt. Oh mein Gott, wo hab ich ihn hingeschickt? Hä, ist er wieder bei mir? Ah ne, bist du auch da? Oh mein Gott. Was ist mit dem los? Hahaha. Oh Gott. Ich dreh mich ja noch nicht mal gut. So, er hat geschwungen und ich bin mit Flink ab. Danke, dass du ihn kurz übernommen hast. Ja, sorry. Nee, es war super. Ich hatte eigentlich Angst, dass ich da... Heimlich mal kurz bitte. Heimlich mal kurz bitte. Ach shit. Here we go again. Ah, ich hol ihn mal kurz, ne? Oh Gott. Er ist abgehauen. Ja, der ist voll weggefahren. Ja. Komm, ich block dich. Ich block dich. Ja, der kommt eh nicht. Wollen wir mal einen Gen machen? Da vorne ist ja der Gen. Ah, genau den meinte ich, wo er hinfährt. Ja komm, dann machen wir den doch. Achtung, er ist da mit dran. Ach, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Geht da lang. Achtung, Achtung, Achtung. Wo ist er denn? Okay. Komm mal zurück. Also, pass auf. Ja, okay. Wohin hat er keins? Ja. Soll ich ihn ablenken und du savest? Okay. Ja, okay. Du lenkst ihn ab. Ja. Das Schicksal hat gesprochen. Ja, ich war mir halt unsicher und hab gedacht, okay, teilen wir uns lieber auf. Er kickt den Gen. Alles klar. Äh, sehr gut. Der kommt ja nicht durch. Mach weiter. Nee, der kommt ja auch nicht. Oh Gott. Ich hab auch keine Sorgen gemacht. Der macht einen U-Turn. Der macht einen U-Turn. Der macht einen U-Turn. Der ist ein Haken. Der ist ein Haken. Und mein Spiel ist hängen geblieben. Echt jetzt? Du rennst weg? Ja. Ja, ja. Man spielt gerade hängen geblieben. Oh, er schwingt. Er schwingt. Er schwingt, Phil. Weiß nicht warum. Wir müssen den Haken hier savuschen. Ja, klar. Der ist ja noch nicht ab. Oder ist er noch? Jetzt ist er ab. Jetzt ist er wieder ab. Ich mein kaputt. Warte. Ist kaputt. Ja. Ja. Oh, Jake hat sich nicht geheilt. In meiner Blickrichtung ist auch noch ein Haken. Der muss auch weg. Eventuell. Was? Äh. Ja, stimmt. Die Frage ist jetzt halt, wen er von euch aufhebt, ne? Ja, mich nicht. Die Frage stellt. Aber Mac kommt und holt mich. I hebt ihn auf. Dann mach ich mal einen Abflug. Warte. Ja. Da kommt der wilde Billy. Ja. Wo ist er denn? Ist er hinter dir her? Nee, hinter Mac. Hinter Mac. Weißt du, vor allem so eine Default-Mac. So richtig Standard. So eine Default-Mac. Ach Mist, ich konnte den Haken nicht sabotieren. Er hat nicht gesehen, dass ich Jack befreien will. Ja, kommt auch. Ja, deswegen. Weil er mich gesehen hat. Komm, Billy. Okay, er ist bei mir. Ja. Nee, nee, er will nicht. Aber er, ja, er kämmt. Er kämmt. Nee, er geht weg. 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 Oh Gott, Phil. Oh mein Gott. Das hat er gut gemacht. Und du bist direkt am Haken. Da kann ich gar nichts machen. Hast du noch DS? Nee, hast du nicht. Nee, ist nicht mehr ab. Ist zu lange her. Schon neun Jahre her. Neun Jahre. Gut, dass der Depp nicht sägen will. Kannst du mich farmen? Ja, ich muss ihn erst kurz auf die Seite bekommen. Ja, der ist heiß auf dich. Der ist heiß auf dich. Schade. Renn, renn dann weg, Phil. Hä? Nein. Oh mein Gott. Ich hab zu früh gedrückt und ticken. Oh mein Gott. Fuck. Ja, macht wieder ne Kurve, siehst du. Pass auf. Sehr gut. Er hat dich. Nö. Nicht. Ein Schwinger. Jetzt hat er dich. Auch nicht. Ja, hast du das gesehen? Komm, hebe mich auf. Ich hab die S. Ich hör ihn nur. Ich seh ihn aber nicht. Das ist schlecht. Hm. Ah, der läuft da vorne. Ah, er ist erst bereit für dich. Das ist schlecht. Dass er mich gesehen hat. Oh, what the fuck. Wow. Wow. Der hat das Addon drauf. Hier, du hast noch die Gotthalette. Äh. Okay. Mech, stirb doch endlich. Fuck off. Ist er gleich mal tot. Wat? Oh mein Gott. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Alter. Ah, GG. Maybe we ne Sache hin. Das ist egal. faszin ist. Swiil. Soll es dich? Ich cuerde. Door. Dort. Ich packe. Bis zum nächsten Mal.